Hallo, heute sprechen wir über die Industriemeister-Qualifikationsprüfung für die Metaller aus dem Jahre 2019-2, dem Herbst. Und Prüfungsthema ist Orga und beschäftigen möchten wir uns heute mit der technischen Aufgabe 7. Bei der technischen Aufgabe 7 geht es um eine Lagerung. Wir haben hier also eine Lagerung einer Rolle, die praktisch für einen Transportpfand vorgesehen ist. Und wir versuchen mal so die einzelnen Kenngrößen herauszuarbeiten, was wir wissen. Aus der Stückliste können wir herauslesen, dass die verbauten Rillen-Kugellager diese entsprechende Spezifikation haben. Wir können herauslesen, dass eine Lebensdauer von 15.000 Betriebsstunden für die Lager vorgesehen sind. Und wir sollen prüfen, ob die verbauten Rillen-Kugellager den Anforderungen genügen. Dazu haben wir folgende Informationen erhalten, dass die Maxi-